Man weiß wirklich nicht, was dahinter steckt. Und in diesem Moment kann man es halt enthüllen. Ich mache halt viel Musik, auch am Theater. Und ich glaube, ich spiele auch mit Musik und spiele da auch verschiedene Rollen. Eine ganz frühe Musikmaschine, also das, was Computer heutzutage machen. Also ich verwandle mich gerne in dies und das als Musiker. Viele können damit gar nichts anfangen. Und selbst wenn ich das dann vormache, dann kann auch nicht jeder damit was anfangen. Als Kind wollte ich tatsächlich Schauspieler werden. Als ich eingeschult wurde, haben sie mich gefragt. Und da habe ich gesagt, ich werde Schauspieler, aber zuerst Architekt und Tierarzt. Jedes Mal, wenn du was sagst oder wenn du was spielst, merkst du, du könntest es auch anders sagen. Und dann fragt man sich, was man da anders sagen will oder soll oder kann. Und naja, darum geht es.